Nami sieht hier zum ersten Mal ein Maskottchen, wer auch immer auf die Idee kam, auf einer Hundeparty ein Maskottchen hinzustellen. Fazit war ihr nicht so geheuer, diese Rasse kannte sie nicht. Dann wollte sie wieder die Führung haben und den Zuschauern natürlich zu zeigen, ich bin ein großes Mädchen. Aber ich hab ihr gesagt, heute bin ich Chef, nicht du. Dann gab's noch einen Adventskalender zu suchen, was nicht wirklich schwer war, weil hinter jeder Tür irgendwie dasselbe war. Anschließend haben wir noch ein wunderschönes Ich-bin-gefliegt Bild gemacht, was irgendwie ziemlich cool aussah. Vielleicht habt ihr das ja in meiner Story gesehen. Hier seht ihr uns in so einen Luftdingsbum zu laufen, was von denselben Leuten war, die sich jetzt schon auf Weihnachten vorbereiten. Dann haben wir kurz so getan, als wäre das unser Wohnzimmer und ein Weihnachtsbild gemacht, das Bild sieht dann ungefähr so aus. Warte, ich zeig's euch nochmal, wie ich Foto geshoppt habe. Das ist meine Variante. Mit Parkour Ninja wollten wir dann ein cooles Bild machen, aber Nami hat dann kurze Zeit beschlossen, dass sie doch lieber auf meine Schulter sitzen will, als auf seine und den Fell seht ihr jetzt hier. Und bevor die Fragen kommen, ja Freunde, mein Rücken hatte danach Aura Boom. Der Jan wollte natürlich dann Fotobomben machen, böse Zungenmunkel, dass er uns einfach nur super cool fand und ein verteidiges Bildes sein wollte. Jo, wie sollte es auch anders sein? Der Top Dog Germany Gewinner 2023, Parkour Ninja hat uns dann nochmal kurz gezeigt, was er alles drauf hat. Als wir es dann versucht haben, hat es nur so mäßig geglaubt, angeblich wegen zu wenig Grip hat sie mir geflüstert. Und das war die Tony Beach Party.